ARD Text im Auftrag von Funk 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 Der komischste Moment ist da, sich gehen zu lassen und dann sich fallen zu lassen und dieses Seil entlang zu gleiten, sag ich mal. Das ist der einzige Moment, der so ein bisschen, naja, Angst nicht, aber es ist so ein Adrenalin-Moment. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ entspannt, coole Aussicht von da oben und ja, auf jeden Fall ein Highlight. Das war sehr spannend, wir haben uns alle drauf gefreut, haben viele besondere Momente mitgenommen. Und es war natürlich schön, sich dann einfach mal komplett gehen zu lassen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig auch für den Kopf, dass wir jetzt einfach ein bisschen abschalten können. Nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern auch einfach ein bisschen Spaß hier, Freizeit, ein bisschen rauskommen aus dem Hotel, vom gewohnten Umfeld, Trainingsgelände, Hotel, wie gesagt. Und ja, das tat ganz gut jetzt ein bisschen raus. Und ja, das tat ganz gut.